Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einer weiteren kurzen Folge aus meinem Styling Guide. Und zwar seht ihr im Hintergrund schon ein paar Flügel, das sind die sogenannten Schwingen des Falken und da zeige ich euch heute, wie ihr euch die besorgen könnt. Das ist nämlich total simpel, ihr müsst nämlich nur so lange ein neues Spiel aufmachen, bis die entsprechende Truhe spawnt und zwar portet ihr euch jedes Mal in die Gärten der Hoffnung Ebene 1 und sucht dort eben nach dieser mysteriösen Truhe und öfter mal, so wie jetzt auch in dem Fall ich das Video gemacht habe, spawnt die genau an dieser Stelle. Sie kann aber natürlich auch überall sonst auf dieser Map spawnen, aber wie gesagt, das ist eine Stelle, da habe ich sie schon öfter mal gefunden. Wenn ihr die dann aufmacht, dann findet ihr da so ein kleines Item. Ja gut, ich habe jetzt die Flügel schon, ich zeige euch das nochmal auf einem anderen Charakter. Genau so sieht das Item aus, das da rauskommt und wenn ihr das aufgesammelt habt, könnt ihr das im Inventar mit einem Rechtsklick in eure Sammlung einlesen und wenn ihr das getan habt, könnt ihr die Flügel mit jedem Charakter auswählen und ja, könnt sie von da an halt immer tragen. Genau. Das war es im Prinzip auch schon wieder mit meinem kurzen Guide. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, wünsche euch ganz viel Spaß damit und bis zum nächsten Guide.